Robert Habeck hat es wieder getan, es vergeht eigentlich kein Tag mehr, wo er nicht aus irgendwelchen Gründen in den Medien ist und jetzt gerade eben zu diesem Zeitpunkt wird wieder im Netz im Internet heftig diskutiert. Viele Nutzer, sogar auch teilweise Habeck-Anhänger sind absolut fassungslos, weil er hat mal wieder seine komplette Doppelmoral und Scheinheiligkeit bewiesen. In diesem Video werde ich offenlegen, was denn überhaupt genau passiert ist und dann am Ende werden wir noch auf Nutzerkommentare eingehen. Eines ist auf jeden Fall sicher, Robert Habeck hat jetzt eine Menge Ärger am Hals und einige Experten gehen sogar davon aus, dass diese neue Angelegenheit seine gesamte Karriere zumindest als Wirtschaftsminister und deutscher Vizekanzler beenden könnte. Das hört sich erstmal vollkommen verrückt an und unglaubwürdig, aber einige Experten haben meiner Meinung nach eine etwas plausible Erklärung dargelegt und zwar sie gehen davon aus, dass Robert Habeck sein Amt nicht dadurch beendet wird, dass ein Skandal auftritt, welcher die CDU oder die AfD in Rage bringt, sondern es muss etwas sein, was die Parteibasis, die grüne Parteibasis sozusagen dermaßen aufregt, dass sie letztendlich Robert Habeck das Vertrauen entziehen werden. Und genau dies ist jetzt der Fall, so wird zumindest im Internet argumentiert, weil er hat jetzt und es wurde schon von Annalena Baerbock in den letzten zwei Tagen angekündigt, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigt, einer Diktatur, einer, ich sag mal, einen autoritären Regime, wo die Grünen in der Vergangenheit immer wieder gesagt haben, nein, wir liefern keine Waffen an solche Regierungen. Für Robert Habeck könnte diese ganze Aktion viel mehr als ein Vertrauensbruch sein, weil das Ganze hat bei ihm eine Vorgeschichte. Er hat nämlich vor einigen Monaten als zahlreiche Altgrüne, sag ich mal, die vor zehn Jahren beigetreten sind, die Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert haben, hat er dieser Fraktion, dieser Gruppe innerhalb der eigenen Partei zugesichert, dass die Grünen niemals Waffenlieferungen an ein autoritäres Regime unterstützen würden. So konnte also der Konflikt innerhalb der eigenen Partei beschwichtigt werden. Und jetzt, in diesem Moment, fällt ihnen wieder diese Aussage damals dermaßen auf die Füße. Und wie gesagt, viele Experten gehen mittlerweile davon aus, dass jetzt wieder innerhalb der Grünen Partei dieser Konflikt neu aufbrechen könnte und die Ampelkoalition, die braucht alles, aber keine internen Streitigkeiten. Davon haben sie schon genug. Was sagen sie denn zu der Doppelmoral von Robert Habeck? Schreiben Sie es doch in die Kommentarbox. Und wir möchten uns jetzt gemeinsam anschauen, was sagen denn die Nutzer auf Twitter zu dieser aktuellen Entwicklung, die gerade eben als Eilmeldung überall im Internet geteilt wird. Und ich habe Ihnen ja vorher schon angedeutet, das Bild ist relativ eindeutig. Die meisten Nutzer sind regelrecht empört und stinksauer und gerade eben nicht nur aus dem AfD- oder CDU-Lager, sondern auch eben bei den Grünen bei der grünen Basis. Da wird heftig gegen Robert Habeck ausgeteilt. So schreibt zum Beispiel eine Nutzerin und diese Meinung ist relativ harmlos im Vergleich zu den anderen auf Twitter ausgedrückt. Nicht nur Eurofighter für Saudi-Arabien auch 15 Millionen für die libanesische Armee. Die beste Regierung-Ampel, die die Rüstungsindustrie je haben konnte. Glückwunsch Habeck, Baerbock, Rheinmetall und so weiter. Also wir sehen hier spricht die Nutzerin diese Waffenlobby an, die in Deutschland enorm durch diese Ampelkoalition profitiert. Natürlich, weil diese zum Beispiel die Waffenlieferungen an die Ukraine oder jetzt eben an Saudi-Arabien unterstützen. Was ist denn Ihre Meinung? Wie wird die ganze Geschichte nun ausgehen? Schreiben Sie es in die Kommentare. Das war alles von mir zu diesem Thema. Lassen Sie noch ein Abo da. Wir wachsen Tag für Tag und unsere Bewegung ist schon riesig. Bis bald und machen Sie es gut.